So, dann lassen wir diese Seite der Stadt nochmal sein. Ich weiß nicht, bin Montazir vielleicht noch? Ich bin Montazir, ein Wiener Beliars und Verwalter von Ishtar. Einer unserer Männer ist in der Wüste geblieben. Du kannst in seine Hütte bringen. Die Treppe rauf, direkte Erste, die mit den Schädeln überm Eingang. Sympathisch. Okay, bei ihm gibt es also auch nichts. Dann lassen wir es auch mal sein, auch den Mr. Slave. Also hier gibt es einen, der hat einen Namen. Den lassen wir auch mal sein. Wir gehen stattdessen mal dorthin, wo ich vorhin schon hinwollte, nämlich zu Kazim. Ich will, dass du mich prüfst. Was? Du willst der großartige Kämpfer sein, den Zuben sucht? Ich werde dir Gelegenheit geben, das zu beweisen. Natürlich errichtet jeder Kämpfer vor dem Kampf seinen Tribut. Du bist schmierig, oder? Ich will kämpfen. Makas wird der Erste sein. Los, zeig mal, was du kannst. Klar doch. Wir können natürlich auch einfach nur um des Spaßes willen gar keine Waffe anlegen. Ich werde dich besinnen. Und schlagen ihn einfach so, Karo, guckt. So, das war's mit dem Arena-Kampf. Der nächste. Gut, du hast das Aufwärm-Training bestanden. Dein nächster Kampf wird nicht so leicht. Wage ich zu bezweifeln, aber gut. Gib mir einen Gegner. Musan soll kämpfen. Er wird dir's schon ordentlich besorgen. What? Alter. Aus deinem Mund will ich sowas nicht hören. Vor allem aus deinem Mund nicht. Du schmieriger Lappen. Das nächstes Mal werde ich es dir zeigen. Bleiben nicht mehr viele. Also schön. Du hast Musan besiegt. Der nächste Kampf wird nicht so einfach. Das habe ich schon mal gehört. Gib mir den nächsten Gegner. Du wirst gegen Emmett antreten. Er hat sich wochenlang vorbereitet. Du hast keine Chance. So, mit Emmett will ich aber mal ganz kurz schauen. Von wo kommt denn der? Hier. Ach, mit dem kann ich vorher nicht mehr reden. Okay. Ich werde dich besiegt. Ich hätte mal interessiert, ob wir das Subkrautpaket wiederkriegen. So, wir können aber natürlich nochmal mit den Leuten sprechen. Würdest du mir auch eine Prüfung auferlegen? Weißt du, ich halte nicht viel von diesen Prüfungen. Da werden gute Männer irgendwo hingeschickt. Nur um ihren Mut oder ihre Kraft zu beweisen. Heißt das, du willst mich nicht prüfen? Weißt du, ich denke, wenn du schon was beweisen willst, warum dann nicht etwas Sinnvolles? Geh zu Kaffa. Er bewacht die Brunnen vor der Stadt. Bei ihm ist immer was zu tun. Sieh mal, ob du ihm helfen kannst. Nächstes Mal werde ich's dir zeigen. So. Na, sprichst du mal mit mir? Ach so, heute hast du jetzt ein Schwert. Hey Mann, du kommst doch auch nicht von hier. Und du? Ausma? Gut, das kennen wir natürlich. Was machst du? Ich bereite für Anfülle. Blablabla, wir geben ihm mal ganz kurz... Ach so. Haben wir gar kein Sumpfkrautpaket einstecken? Ich dachte, wir haben alle Gegenstände im Inventar. Prüfe mich. Du willst, dass ich dich prüfe? Dann gehe nach Lago und besorge mir ein Paket feinstes Sumpfkraut. Ach so. So ist das natürlich. Wir haben doch welche. Mit freundlichen Grüßen aus Lago. Hey, hey. Sieh mal an. Ein ganzes Paket feinster Trainingsware. Ich spüre schon, wie sich mein Geist öffnet. Und wenn du deinen Geist auch öffnest, zeige ich dir, wie du deinen Körper beherrschen kannst. Okay, jetzt können wir auch die Akro... Ach siehste Mal. Die Akrobatik. Deshalb. Wir haben natürlich schon Akrobatik gelernt. Deswegen hat es uns nichts gebracht da noch. Ich will Akrobatik lernen. Körperbeherrschung ist ein... Damit kannst du einen Sto... Aber... Kennen wir. Hast du eine Prüfung für mich? Der Mann, den Zubin sucht, muss ein weitgereister, zäher Mistkerl sein. Das bin ich. Er kennt sich mit der Jagd aus und scheut keinen Kampf. Das bin ich auch. Es ist kein Problem für ihn, mir fünf Löwenfälle zu bringen. Aber nicht von den einfachen, von den räudigen Bastarden. Denn das sind die schlimmsten Löwen überhaupt. Ein zäher Mistkerl weiß bestimmt auch einiges über die Jagd. Und weiß nicht, würde er sich jemanden suchen, der es ihm beibringt. Genau, also bei ihm können wir auch was für die Jagd lernen. Wo würde ein zäher Mistkerl die räudigen Bastarde suchen? Diese Viecher laufen durch die ganze Wüste und schließen sich fremden Rudeln an. Irgendwo im Westen gibt es ein ganzes Rudel von ihnen. Ach übrigens, ich habe auch Zarkos diese Prüfung gestellt. Wir machen uns, was das angeht, mal... Wir haben die Fälle jetzt natürlich schon einstecken. Ach komm, wir geben das jetzt einfach mal ab. Wir gehen aber noch zu Zarkos. Das machen wir uns dann aber einfach und cheaten uns zu ihm hin. Denn ich will das hier wirklich so schnell wie möglich abschließen. Ich will es euch bloß zeigen alles. Hier sind deine Fälle. Du bist ein zäher Mistkerl. Ich denke zu, wenn wir dich gebrauchen können. So, Musan damit auch abgeschlossen. Wir müssen aber noch einen Kampf erledigen. Du hast jetzt drei verdammt gute Kämpfer zu Boden geschickt. Ich sage dir was. Du hast meine Prüfung bestanden. Es gibt niemanden mehr, den ich dir schicken würde. Außer mir natürlich. Aber wir wollen ja fair bleiben. Und noch was. Hier, das Gold hast du dir redlich verdient. Ein feiger Schmierlappen ist das. Mach hier keinen Ärger, klar. So, gegen ihn können wir aber leider nicht kämpfen. Das bleibt dabei. Ich dachte eigentlich, wir könnten das. So, das hier war Makas genau. Mit Sven weiß ich gar nicht, ob ich mit ihm reden möchte. Weil der, würde ich denken, nicht mehr zu dem Prüfungsteil gehört. Ja, das machen wir dann, wenn wir wieder im normalen Spiel sind, in unserem Spielstand. Das lassen wir jetzt einfach mal außen vor erst mal. So, wir haben, haben wir jetzt überhaupt noch ein Quest hier in Ishtar offen? Müssen wir eigentlich gerade mal schauen. Die Brunnen vor der Stadt, Prüfung, Assessin, okay? Wir gehen mal kurz hier noch zu dem Schwarzmager, der hier drüben sitzt. War hier? Nein. Er war hier. Jawohl. Der Lazar, genau. Willkommen in Ishtar, Sohn des Nordens. Ich bin Delazar, Magier und Alchemist. Wie kann ich dir helfen? Ich will von dir lernen. Gut, wir können natürlich auch ein bisschen alte Magie lernen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Warum nicht? Es ist ja bloß so zum Spaß jetzt gerade, um alles mal zu sehen, ne? Ich will den Stabkampf lernen. So ein Stab ist verdammt lang. Damit kannst du deine Gegner auf Abstand halten. Wenn du ordentlich zuschlägst, hat kaum jemand eine Chance gegen dich. Super. Dazu bist du noch nicht bereit. Uh, das fehlt mir da. Fehlendes Talent, schnelles Lernen. Ah ja. Ich will besser werden im Umgang mit dem Stab. Dein Gegner wird deinen Stab immer unterschätzen. Er wirkt nicht so gefährlich wie ein Schwert oder eine Axt. Nutze dies. Es gibt Manöver, die mit einem Schwert nicht möglich sind. Wenn du deinen Gegner überraschen kannst, hast du schon fast gewonnen. So, machen wir nochmal kurz den Stab durch. Zeige mir, wie ich magische Stäbe benutzen kann. Nimm den Stab in deine Hände und spüre seine Energie. Erforsche diese Energie und bringe sie mit deinem Geist in Einklang. Nur dann können die Kräfte des Stabes mit deinen eigenen verschmelzen. So, wunderbar. Die Roben können wir ja nicht machen. Wir könnten natürlich auch Alchemie machen. Bring mir was über Alchemie bei. Und ich glaube, das geht nicht bei jedem. Wir können hier lernen, Waffen zu vergiften. Ist aber, muss ich sagen, also Waffen vergiften ist sowas, wenn es der Gegner, wenn es die gegnerischen NPCs drauf haben, ist es verdammt nervig. Wenn man es selber kann, ist es nicht allzu hilfreich, weil man sowieso meistens alles umregt. Und nicht bloß antitscht und dann geht. So. Aber dieser ganze Alchemie-Teil, der interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Kann man aber auch sich ein bisschen halt drin vertun. Wir können jetzt auf jeden Fall auch die Stäbe benutzen. Und da können wir uns natürlich auch mal hier den Richtstab... Habe ich nicht gerade im Stabkampf 3 gelernt. Gut, da können wir den Richtstab noch nicht tragen. Aber zum Beispiel den Klingenstab könnten wir tragen. Ein guter Rat von mir. Waffe weg. Oh, das wollte ich gerade. Ah, okay, dass ich den Sklavum genietet habe, ist nicht so schlimm. Na dann. Ich glaube, bei Zuben war sonst niemand mehr drin, der einen Namen hat. Dann lassen wir das auch sein. Und schauen noch, ob Assam uns vielleicht eine Prüfung geben kann. Hey, hast du nicht was vergessen? Was? Du nimmst doch an der Prüfung teil. Jetzt glaub bloß nicht, dass ich dich nicht prüfen werde, nur weil ich nicht in der Stadt stehe. Was darf's denn sein? Dein Konkurrent Zarkos ist schon ziemlich lange da draußen. Er jagt Löwen oder sowas. Er hat mir eine alte Schale abgenommen. Abgenommen? Beim Kampf in der Arena. Aber er hat nur durch einen Trick gewonnen. Also bring mir die Schale zurück und erledige Zarkos bei der Gelegenheit. Machen wir. Also wir werden die Schale jetzt natürlich schon einstecken, aber wir machen das trotzdem, weil wir ja zu Zarkos wollen. Wo kann ich Zarkos finden? Er hat sein Lager ein Stück weiter im Norden aufgeschlagen. Wenn du bei den Brunnen bist, geh einfach geradeaus. Aber folge nicht dem Weg, sondern halte dich an die Bergwand. Aber sei vorsichtig. Dort gibt es Löwen. Genau dort wollten wir ja hin. Hast du sonst noch was? Du solltest vorsichtig sein. Da draußen lauern ein paar richtig üble Burschen. Ich glaube, die suchen dich. Wo kommen die denn her? Tja, ich schätze, du hast dir in der Stadt ein paar Feinde gemacht. Hm, ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht, weil wir mit Konkurrent sind. So, wir gehen aber mal zu Abbas. Shit, wie hieß denn der? Ne, wir gehen einfach zu Fuß. Wir können doch rennen. So. Rennen wir einfach mal rüber. Und machen mal die Sache... Nein, Kafu hieß er genau, Kafu. Da gehen wir einfach doch, Pitchit. Äh, zu Kafu. Kafa. Kafa, nicht Kafu. So. Da! Was, wo kommt ihr denn her? Gut, dann lernen wir es mal gerade hier. Habe ich ihn gerade getötet? Warum sind die auf mich losgegangen? Und wieso ist der gleich tot umgefallen? Oh. Okay, da haben wir das jetzt also mal nicht gemacht. Hm, das ist jetzt schlecht. Aber kann ich jetzt gerade auch nicht ändern. Wir könnten natürlich mal versuchen. Das klappt bestimmt nicht, aber wir versuchen es mal. Wir können uns auch hier jeglichen NPCs hier wieder rein... Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. ...reinsetzen, aber leider funktioniert das nicht so. Matt mit der Waffe. So. Bleibt das also leider außen vor. Aber... Den Rest können wir zumindest machen. Und das müsste eigentlich reichen, würde ich denken. So, damit... Das war jetzt auch ein bisschen blöd, oder? Warum standen wir die ganzen Rocks rum? So, damit gehen wir zu Zarkos. Und der macht es sich gemütlich. Wir schauen mal kurz auf die Karte, damit jeder weiß, wo er dann mal suchen muss, wenn er das vielleicht mal möchte. Hier an dieser Stelle also. Gut. Und damit... Ich bin Zarkos, der Löwenjäger. Das ist eine ziemlich gefährliche Gegend hier. Was führt dich her? Bring mir was bei. Das kann ich tun. Ich verstehe viel von der Jagd. Allerdings wirst du für mein Wissen bezahlen. Sehr hilfreich. Ich nehme an Zubens Prüfung teil. So, dann bist du mein Konkurrent. Und damit ein mögliches Problem. Und Probleme müssen beseitigt werden. Ich schicke dich zu Billiard. Sympathisch. So. Haben wir das aber mal geklärt hier? So, zwei auf einen Streich. Kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn töten müssen. Sieht aber so aus. So. Haben wir einen Konkurrenten aus dem Weg geschafft. Wir können ihn natürlich auch einfach töten, die anderen Konkurrenten. So. Ich weiß aber gar nicht, wo genau die Schale jetzt ist. Ob der die einfach einstecken hat? Kann schon sein, ne? Nein, nicht der Kämpfer. So. Ist schon Zarkos nehmen. Genau. Ja, die Goldschale einfach einstecken von Assam. So. Und damit hätten wir die... Kein nächstes Mal, Frisch, du Dreck. Naja, von mir aus. Und sind hier in einer hübschen Oasengegend, muss ich sagen. In der es, wenn wir nach Westen laufen, was wir jetzt gerade tun, schön viele Löwen gibt. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen. So. Gut, dass wir rennen können ohne Ende. Denn es sind ja doch immer ein paar Meter, die man hier zurücklegen muss. So. Und da haben wir schon ein schönes Löwenrudel. So. Alles auf einmal getötet. Tut mir leid, ihr kleinen Löwen. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Aber ich möchte mal kurz zeigen, wo die Reuligen Bastarde sind. Da bin ich mir nämlich auch gerade nicht sicher. Aber ich glaube, die sind ganz am Ende einfach von dieser... äh, Enklave hier so ein bisschen. So, auch hier mal wieder ein Riesenskelett, das in der Gegend rumliegt. Warum auch nicht? Kann man ja mal die Gegend damit dekorieren. Und hier vorne müssten sie eigentlich... Ich glaube, das ist eine Höhle, in die wir rein müssen, oder? Ich bin hier einfach davor. Bist du ein räudiger Bastard? Nein, du bist kein räudiger Bastard. Ich... Hier! Du bist ein räudiger Bastard. Ein richtig räudiger Bastard. So, ich möchte eigentlich gar keine Löwen töten, muss ich zugeben. So, aber wir tun es jetzt einfach mal fürs Quest. Ich habe ja auch Wassermarke getötet, obwohl ich es nicht wollte. So, die haben wir also die ganzen räudigen Bastarde in der Höhle drin. Eigentlich brauche ich die ja gar nicht ausnehmen, fällt mir gerade so auf. Das ist eigentlich total sinnlos. Hier sind also... Man muss schon aufpassen, was man dann tut, wenn man hier drin ist. Und nicht so, wie ich jetzt gerade hochgepowert ist ohne Ende. Jetzt hätten wir genug räudige Bastarde getötet. Hier unten gibt es aber noch ein, zwei mehr. Diese Höhle ist also wirklich voll mit Löwen. Hier hat man richtig gut zu tun, wenn man normal unterwegs ist. Das ist also wirklich nicht ohne, wenn man hier sich durch diese Löwenhöhle durchkämpfen möchte. So, hätten wir das aber auch erledigt. Ich will dir alles nur kurz zeigen. Deswegen mache ich das jetzt auch wirklich hier mal im Schnelldurchgang. Assam, hier ist deine Schale. Hier ist deine Schale. Sehr gut. Hast du Zarkos erledigt? Nee, die habe ich so gelassen, wie er war. Zarkos ist erledigt. Du wirst es noch weit bringen, Vater der Prüfung. Gut. Hätten wir auch das geklärt. Offen ist jetzt, glaube ich, nichts mehr, da wir Cafu umgenietet haben. Wir können aber noch eine Sache machen und das ist zu unserem Mitbewerbe gehen und den aus dem Weg ziehen. So, machen wir das doch mal. Wo ist er denn? Weg. Ich habe auch gerade vergessen, wie er hieß, muss ich zugeben. Ach, er ist da drüben. Deshalb. Suus. Verschwinde. Du hast in dieser Stadt nichts zu suchen. So. So. Dreck. Hier geht er mit aus. Eigentlich wollte ich jetzt nicht gegen alle kämpfen. Aber naja, machen wir das mal. Noch jemand? Kommt ja wirklich viele an hier. Ja. Wollte aber eigentlich nur, ähm, Suus töten. So, der Kampf mit Suus, der hätte uns sowieso noch herausgefordert. Ich mache es jetzt mal gleich auf die Art und Weise und kürze damit ein bisschen ab. Und dann müssen wir mal warten, bis Ukra-Seil wieder aufsteht. Und dann hat sich die ganze Sache ja auch schon erledigt. Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Woher sollte ich das denn wissen? So, mein Freund. Wie weit bin ich mit den Prüfungen? Ja, wenn einer Zugens Mann ist, dann bist du das. Geh zu ihm. Ich denke, die Prüfung ist vorbei. So. Damit ist das also erledigt. Wir haben Zugens Prüfung bestanden. Hätten wir natürlich jetzt auch machen können, ohne den zu töten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die 70 gereicht hätten oder ob wir jetzt die 75 brauchten dafür. Aber ist letztendlich auch egal. Er hätte uns so oder so angegriffen. Wie gesagt, ich glaube spätestens, wenn wir jetzt hier Erfolg gehabt hätten, hätte er sich dann an uns rächen wollen. Aber machen wir es doch gleich so. Ugrasa schickt mich. Ich habe deine Prüfung erledigt. Gut, dann bist du jetzt mein neuer Mann. Ich gratuliere. Welche Aufgabe hast du für mich? Der Sand birgt alte und mächtige Geheimnisse. Manche sind uns vom Nutzen. Andere bleiben besser für alle Zeit verborgen. Die Orks graben in den Ruinen des alten Volkes. Sie suchen etwas, das sie nicht verstehen. Nur Xardas versteht es. Sag mir, wonach suchen sie? Welch düsteres Geheimnis glaubt Xardas zu kennen? Welche alte Macht hofft er zu finden? Suche Xardas auf und finde heraus, wonach er die Orks graben lässt. Okay, hier schlagen wir uns also quasi auf die Seite von Zoom und müssen für ihn ein bisschen Aufklärung betreiben. Das Lustige ist ja, wenn wir uns auf Belias Seite schlagen, dann müssen wir Zoom sowieso töten. Belia. Ähm, wir machen aber mal... Gewähre mir Macht über Geist und Körper. Genau, wir machen aber mal ein bisschen Spaß hier und lernen einfach mal ein paar Zauber. Dazu bin ich noch nicht bereit. Was? Schnelles Lernen. Ah, da muss ich mal ganz kurz schauen, da ich jetzt gerade nicht weiß, wo wir hier schnelles Lernen bei irgendeinem NPC lernen können. Hier schnelles Lernen. Äh, LT, Perk, Learn. Okay. Oder IT. So, machen wir das nochmal ganz kurz. Ähm, IT. Nein, immer noch kleines T. Perk, Learn. Fack, ähm, wo hab ich mich denn verschrieben? War das doch ein kleines L? Nee, oder? Probier mal. Perk, Learn. Hm, aber es steht zwar hier drin. Also die anderen haben ohne Probleme geklappt, aber mit dem... Nochmal kurz mit dem großen I. IT, Slash, äh, Unterstrich. Perk, Learn. Nee, will er nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Ähm, wo kann man das denn? Aber man kann es auch nicht hier lernen, oder? Belia. Alte Magie, hohes Wissen, alte Magie. Gewehre mir Macht über Geist und Körper. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass wir wegen dem Mist das jetzt nicht ausprobieren können. Dazu bin ich noch nicht bereit. Krankheit übertragen. Okay. Fangen wir mal damit an. Krankheit übertragen, Schrecken, Vergiften. Dazu bin ich noch nicht bereit. Dafür wird uns immer noch das schnelle Lernen. Aber den Nebel können wir machen. Gewehre mir Macht über Tod und Zerstörung. So. Vergessen. Blutrausch. Dazu bin ich noch nicht bereit. Das Geld beschwören. Dämonen beschwören. Seelenwanderung. Also wir können alles machen bis auf den Blitzschlag. Seelenwanderung. Ich hab dir ehrlich gesagt auch noch nie ausprobiert. Das können wir eigentlich mal so spaßeshalber machen. Also wir sind ja jetzt eigentlich schon wieder durch. Wir haben ja jetzt eigentlich schon alles gemacht, was wir hier tun wollten. Nämlich mal kurz die Quest zeigen. Von daher können wir auch eigentlich mal ein bisschen Schindblut treiben, oder? Das kann man, was wir. Ich hab dich nicht hier концue意ert. Ein bisschen was ich öffere auch los,εις.